Da öffnet man zur Adventszeit auf einmal ein paar Türchen und hat nur Ärger am Hals. Gustav, 48, Gefängniswetter. Nur Opfer bei meiner Arbeit. Jürgen, 46, Unfallchirurg. Überholen Sie ruhig, wir schneiden Sie raus. Ihre Feuerwehr. Für mich ist es ein kleiner Tritt auf die Bremse, aber für viele ein großer Schritt nach vorne. Armin, 43, Busfahrer. Mein Papa hat jetzt über 252 Leute unter sich. Er ist übrigens Friedhofsgärtner. Da knallt man einmal das geilste Mädchen der Klasse und gleich redet die ganze Stadt darüber. Theodor, 57, Grundschullehrer. Warum gucken immer alle so komisch, wenn ich das Messer ablöcke? Christian, 34, Chirurg. Ich treffe in meinem Beruf jeden Tag neue Menschen. Frank, 29, Scharfschütze bei der Bundeswehr. Jeder kennt den Moment, wenn man im Auto sitzen bleibt, um das Lied zu Ende zu hören. Jochen, 54, von Beruf Notarzt. Ich falle gerne mit der Tür ins Haus. Frank, 39, SEH-Einsatzleiter. Ich habe eine Rehe überfahren, das muss ich erst mal verarbeiten. Max, 46, Metzger. Da lässt man einmal was fallen und wird leicht gefeuert. Bettina, 39, Hebamme. Endlich mal die Ruhe genießen. Peter, 47, arbeitet auf der Intensivstation.